Panik bei Flo Für Flo, Pauline Afaia, ist es ein echter Coup gewesen. Sie hat es geschafft, Katrin Ulrike Frank davon zu überzeugen, das Sicherheitskonzept des Fair Fashion Runways zu übernehmen. Eine Aufgabe, die sie mit Bravour gemeistert hat. Und wer hart arbeitet, wird auch pünktlich bezahlt. Geld ist raus, hat Emily sofort überwiesen. Ich musste nicht mal Druck machen, aber ich hätte, verkündet Moritz, Lennart Borchert. Überwältigt von dieser Nachricht beginnt Flo sofort. Ihre Bankkonten zu checken. Doch was sie dort entdeckt, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Was genau das ist, zeigt das Vorschau-Video. Nie hat findet Erlösung, es ist ein Anruf, der alles verändert. Oder besser gesagt, der alles wieder zurecht drückt. Für Nihat, Timur Ulker, ist es der Anruf, der ihm endlich Erlösung bringt. Alles klar. Danke. Murmelt er in sein Handy. Lilly, ihres Mareikestin, befürchtet schon das Schlimmste, doch Nihat kann sie beruhigen. Punkt. Das war Michi, wegen des Unfalls. Die Polizei konnte den gegnerischen Fahrer ermitteln, erzählt er Lilly und scheint selbst kaum glauben zu können, was er da sagt. Wochenlang hat Nihat geglaubt, Michi, Lars Pape, hätte sich den Fahrer nur eingebildet. Doch wie es aussieht, kann Nihat mit diesem Kapitel nun endgültig abschließen und wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Das Vorschau-Video zeigt, wie sich für Nihat ein Neuanfang ermöglicht. Frieden zwischen Emily und Katrin Der Fair Fashion Runway war ein voller Erfolg, und doch war dessen Durchführung ein einziges Desaster. Neben fehlenden Models und verhindertem Catering-Personal waren es vor allem die Egos von Emily, Anne Menden und Katrin, Ulrike Frank, die einen reibungslosen Ablauf gefährdet haben. Doch es scheint ihnen auch klargemacht zu haben, dass eine Zusammenarbeit für das Überleben der Agentur unbedingt notwendig ist. Und so ist Katrin nun bereit, einen versöhnlichen Schritt auf Emily zuzugehen. Moritz, buchst du mir bitte einen Flug für morgen nach L.A., verlangt Katrin und signalisiert Emily auf subtile Art, dass sie bereit ist, Kompromisse einzugehen. Das Vorschau-Video lässt hoffen, dass endlich Ruhe in der Agentur einkehrt. Schon jetzt die neueste GZSZ-Folge auf RTL Plus streamen. Die ganze GZSZ-Folge von Montag, den 29. Juli, könnt ihr bereits eine Woche vorher, also am 22. Juli, ab 19.40 Uhr auf RTL Plus streamen. Hier gibt's neue Folgen von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, nämlich immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zum Streamen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020